Hallo und cool, dass du da bist. In diesem Video erklären wir dir die Eindringhärteprüfung nach Brinell, kurz HBW, mit dem Prüfkörper Hartmetallkugel und erläutern, welche Besonderheiten dieses Prüfverfahren aufweist. Die Härteprüfung nach Brinell wurde nach ihrem Erfinder Johann August Brinell, einem schwedischen Ingenieur, benannt. Brinell stellte die Prüfmethode im Jahr 1900 auf der Weltausstellung in Paris vor. Dieses Prüfverfahren wird später in der DIN EN ISO 6506 genormt. Das Brinell-Verfahren HBW darf für die Härteprüfung weicher bis mittelharter metallischer Werkstoffe angewendet werden, deren Härte nicht mehr als 650 HBW beträgt. Und wie die Brinell-Prüfung genau funktioniert, das erklären wir nun. Vor der Prüfung musst du die Proben vorbereiten und dazu die eventuell vorhandenen Zunderschichten oder Verunreinigungen auf der Probenoberfläche durch Schleifen beseitigen. Die Prüfoberfläche sollte schmutzfrei sein, da sonst die Härtewerte verfälscht werden würden. Also Probe mit sauberen Oberflächen benutzen. Bei der Härteprüfung HBW nach Brinell wird ein Körper in Form einer Hartmetallkugel mit dem Durchmesser D und einer Prüfkraft F senkrecht auf die Oberfläche einer Probe eingedrückt. Maß für die Härte ist die Eindruckoberfläche bzw. die Mantelfläche des Eindrucks. Da das Verfahren nach Brinell mit der Kugel als Prüfkörper lastabhängig ist, muss zunächst eine geeignete Prüfkraft ermittelt werden. Diese ist wiederum vom Prüfkörper und einer zugehörigen Laststufe bzw. einem Beanspruchungsgrad abhängig. Die Werkstoffe sind in der DIN EN ISO 6506-1 Tabelle 3 in Gruppen eingeteilt. Ist der Werkstoff identifiziert, kann aus einer Tabelle der Beanspruchungsgrad ganz einfach abgelesen werden. In einer weiteren Tabelle sind die Laststufen mit den gängigen Kugeldurchmessern von einem, 2,5, 5 und 10 mm Durchmesser korreliert. Mit Hilfe von Beanspruchungsgrad und bekanntem Kugeldurchmesser kann nun die erforderliche Prüfkraft einfach abgelesen oder berechnet werden. Bei der Wahl der Prüfkugel sollte darauf geachtet werden, dass der entstehende Eindruck möglichst groß ist, um möglichst viele Gefügebestandteile in einem Eindruck zu erfassen. Nur so kann die repräsentative Härte des gesamten Werkstoffes ermittelt werden. Durch den relativ großen Eindruck und den damit großen geprüften Gefügeausschnitt des Bauteils ist die Brinell-Prüfung besonders für heterogene Gefüge und weiche Werkstoffe geeignet. Hast du also eine Probe, zum Beispiel Stahl, kannst du den dazugehörigen Beanspruchungsgrad 30, den Prüfkörper mit dem Durchmesser D und die daraus resultierende Prüfkraft F ermitteln. Nachdem du die ermittelte Prüfkraft am Gerät eingestellt hast, legst du die zu prüfende Probe auf den Probenteller und verschiebst diese so lange auf den Probentisch, bis die gewünschte Stelle erreicht ist, an der du die Härte messen möchtest. Hierzu verfährst du den Probentisch nun mitsamt der Probe so lange durchdrehen des Spindeltellers nach oben, bis die Probenoberfläche sanft in der Halterung eingespannt ist. Dass du die richtige Höhe gewählt hast, siehst du an dem scharfen Bild deiner geschliffenen Probenoberfläche in der Prüfoptik. Nun kannst du mit der eigentlichen Härteprüfung loslegen, indem du den Auslöseknopf drückst. Das Objektiv klappt nach hinten und der Prüfkörper nach unten. Die Kugel dringt dann in das Prüfstück ein. Dabei wandert der Hebel langsam nach oben. Die dafür benötigte Zeit ist die Kraftaufbringzeit und beträgt in der Regel zwischen 2 und 8 Sekunden. Danach beginnt die eigentliche Messzeit. Die Prüfkraft ist langsam und stoßfrei aufzubringen und muss eine definierte Zeit lang gehalten werden, in der Regel mindestens 10 Sekunden. Nach Ablauf der Krafteindringzeit solltest du den Hebel nach unten in seine Ausgangsposition drücken und dort einrasten lassen, um die Probe zu entlasten. Der Prüfkörper klappt aus und das Objektiv wieder ein. Nach der Wegnahme des Objektivs hinterlässt die Kugel einen bleibenden Eindruck auf der Probenoberfläche. Da ja die Eindruckoberfläche das Maß für die Härte bei der Prinel-Prüfung ist, muss nun der Abdruckdurchmesser ermittelt werden, weil dieser in die Formel für die Eindruckoberfläche der Kugel eingeht. Hierzu werden jeweils zwei um 90 Grad gedrehte Diagonalen mit Hilfe der Messoptik ausgemessen. Hierzu richtest du zunächst die Mittellinie der Messoptik parallel zur gewünschten Diagonalrichtung aus. Mit der Zentrierschraube am unteren Ende der Messoptik verschiebst du nun einen der senkrechten Teilstriche tangential bis links an deinen Abdruck heran. Achte darauf, dass die kleine Skala dabei in der Mitte des Abdrucks liegt. Nun kannst du mit Hilfe der Nonius-Schraube rechts an der Messoptik einen weiteren Teilstrich von rechts tangential an deinen Abdruck heranführen. Wähle einen Teilstrich, der die Nulllinie in der Mitte der kleinen Skala liegen lässt. Der Abdruck ist nun sozusagen eingeklemmt. Jetzt kannst du die Diagonalenlänge so ablesen, wie sie real auf dem Prüfkörper vorliegt. Die Messoptik berücksichtigt dabei bereits die Vergrößerung des Objektivs. Die erste Ziffer hinter dem Komma wird aus den großen Zwischenräumen der Teilstriche innerhalb der Diagonalen abgelesen. Achte darauf, dass der Zwischenraum, der auf der kleinen Skala liegt, nicht mitgezählt wird. Nun liest du die zweite Ziffer an der kleinen Skala ab. Liegt die Nulllinie zwischen zwei Werten, nimm hier immer den kleineren Wert. Die dritte Ziffer hinter dem Komma wird direkt am Nonius abgelesen. Runde immer auf. Größere Abdruckdiagonalen bedeuten eine größere Eindruckoberfläche und damit einen kleineren Härtewert. Nun kannst du aus dem mittleren Durchmesser D des Eindrucks, der Prüfkraft F in Newton und dem Kugeldurchmesser D, die Brinellhärte mit der Formel Härte ist gleich konstante mal Prüfkraft durch Oberfläche des Eindrucks berechnen. Kurz geschrieben 0,102 mal F durch A. A ist die Eindruckoberfläche der Kugel bzw. der Mantelfläche des Eindrucks in Quadratmillimeter und ist durch die Formel A ist gleich Pi halbe mal D mal in Klammern D minus die Wurzel aus D Quadrat minus kleines D Quadrat zu berechnen. Das kleine D ist der Mittelwert aus zwei senkrecht zueinander ermittelten Eindruckdurchmessern, D1 und D2 im Millimeter. Um die Genauigkeit der Messung zu erhöhen, werden immer beide Diagonalen ausgemessen und die Mittelwerte angegeben. Es ist sehr wichtig darauf zu achten, dass der Eindruckdurchmesser zwischen 24% und 60% des Kugeldurchmessers liegen muss. Sonst ist das Ergebnis ungenau und nicht brauchbar. Es gilt 0,24 mal D kleiner als kleines D kleiner als 0,6 mal D. Nun kannst du die Eindruckoberfläche der Kugel A in die obere Formel einsetzen und erhältst die Gleichung HBW ist gleich 0,102 mal 2 mal F durch Pi mal D in Klammern D minus die Wurzel aus D Quadrat minus kleines D Quadrat. Zur Erinnerung, der Faktor 0,102 ist der Korrekturfaktor, der die Kraft in Newton in die alte Einheit Kilopund umrechnet. 1 Newton entspricht 0,102 Kilopund oder umgerechnet 1 Kilopund entspricht 9,81 Newton. Achte beim Einsetzen aber unbedingt auf die verwendeten Einheiten, Newton und Millimeter. Der Härtewert kann aber auch ganz einfach aus der DIN EN ISO 6506-4 Tabelle 2 ermittelt werden, wo die mittleren Diagonalen mit dem Kugeldurchmesser und dem dazugehörigen Härtewert korreliert sind. Dazu suchst du in der Tabelle 2 den verwendeten Kugeldurchmesser D in Millimetern. Darunter wählst du den ermittelten mittleren Diagonalen Durchmesser D, ebenfalls in Millimeter. Rechts wählst du den Beanspruchungsgrad, der mit der Formel 0,102 mal F durch D Quadrat berechnet wurde und werkstoffabhängig ist. Genau unter diesem Wert und in der gleichen Zeile, in der dein mittlerer Diagonalendurchmesser steht, liest du den Brinell Härtewert ab. Die normgerechte Angabe des Härtewerts erfolgt allgemein. Härtewert HBiW, Kugeldurchmesser in Millimetern, slash die Prüfkraft in Kilopund, slash die Haltedauer von mehr als 15 Sekunden. Bei Haltezeiten zwischen 10 und 15 Sekunden wird diese nicht mehr angegeben. Für eine Härte von 240 HBiW, die mit der Kugel mit einem Durchmesser von 2,5 Millimeter und 187,5 Kilopund Prüfkraft für 30 Sekunden gemessen wurde, ergibt sich also zum Beispiel 240 HBiW 2,5 slash 187,5 slash 30. Belasten wir doch einmal beispielsweise eine Kugel mit dem Durchmesser von 2,5 Millimeter mit 1839 Newton. Es bleibt ein Abdruck mit einem mittleren Durchmesser von 0,7731 Millimeter zurück, der aus den Diagonalen D1 und D2 ermittelt wurde. Wir setzen diesen in unsere Gleichung ein und erhalten einen Brinell-Wert von 389,8. Verglichen mit dem Brinell-Wert direkt aus der DIN EN ISO 6506-4 Tabelle 2, dort beträgt er in unserem Fall 390. Bei Leichtmetallen liegt der Brinell-Härtewert zwischen 8 bis 80 HBiW und bei Eisen oder Stahl kann dieser bis zu 650 HBiW betragen. Vorteile des Brinell-Härteprüfverfahrens sind, dass es relativ leicht durchführbar ist und Werte mit hoher Genauigkeit liefert. Es können vor allem weiche Werkstoffe und Werkstoffe mit heterogenem und homogenem Gefüge geprüft werden. Das Verfahren hat aber auch Nachteile. So dauert die Vorbereitung für die einzelnen Proben relativ lange. Sehr dünne und sehr harte Werkstoffe können nicht geprüft werden. Des Weiteren ist die Prüfmethode nicht für die serienmäßige Werkstoffprüfung geeignet. Die Härteprüfung nach Brinell zählt zu den Eindring-Härteprüfverfahren. Bei der mit HBiW bezeichneten Variante ist der Prüfkörper eine Hartmetallkugel mit den Durchmessern 1, 2,5, 5 oder 10 mm. Maß für die Härte ist die Eindruckoberfläche der Kugel. Da sich die Eindruckoberfläche einer Kugel aber nicht linear mit steigender Prüfkraft vergrößert, ist das Verfahren lastabhängig. Damit hängt die Prüfkraft vom Durchmesser der Prüfkörper und Beanspruchungsgrad des Werkstoffes, der als Kraft f geteilt durch den Kugeldurchmesser zum Quadrat mal dem Korrekturwert definiert ist, ab. Die Aufbringzeit der Prüfzeit beträgt zwischen 2 und 8 Sekunden und die Haltezeit mindestens 10 Sekunden. Ausgewertet wird jeweils der Mittelwert der Diagonalen, mit dem die Brinell-Härte als Prüfkraft pro Eindruckoberfläche nach folgender Formel bestimmt werden kann. Härtewert ist gleich 0,102 mal 2 mal f durch Pi mal d durch d minus die Wurzel aus d² minus klein d². Der Wert 0,102 ist der Korrekturwert zur Umrechnung der Kraft von Newton in Kilopont. Der Brinell-Härtewert wird wie folgt angegeben. Der Härtewert Hbw, der Kugeldurchmesser in Millimetern, slash Prüfkraft in Kilopont, slash Haltedauer, wenn diese mehr als 15 Sekunden beträgt. Die Härtewerte können aber auch aus dem entsprechenden Tabellenblatt 2 der DIN EN ISE 6506-4 direkt abgelesen werden. Damit das Ergebnis brauchbar ist, muss der mittlere diagonalen Durchmesser zwischen 24 und 60 Prozent des Kugeldurchmessers liegen. Es gilt 0,24 mal d kleiner gleich klein d kleiner gleich 0,6 mal d. Vorteile des Verfahrens sind, dass es sich für Werkstoffe mit homogenen und heterogenen Gefügen eignet. Und, dass das zu prüfende Material nicht geschädigt wird. Nachteilig ist, dass die Brinell-Härteprüfung nur für weiche bis mittelharte Metalle mit einer maximalen Härte von 650 Hbw zulässig ist. Nun kannst du die Härteprüfung nach Brinell selbstständig im Labor durchführen. Viel Spaß dabei! ... Vielen Dank.